Leute, es geht wieder ums Essen. Wer muss bezahlen? Heute Torwart-Challenge. Du zahlst heute mal. Sportstudio-Style. Drei unten, drei oben. Schade. Du musst nachziehen. Schauen wir mal, was mit dem zweiten wird. Was wird? Jetzt musst du. Der Druck ist groß. Gautscho. Und der macht dich. Links oben. Drei Stück. Drei oben links, Mann. Ja, da ist der Erste. Gewinnen. Der ist daneben. Nein. Nein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, schreibt ruhig in die Kommentare, dass ich verrückt bin, dass ich so scharf esse. Aber ja, ich esse gerne scharf. Kostenlos schmeckt immer am besten, Leute.